ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Nee, echt, jetzt... Was macht ihr denn vor? Echt, du kommst von vorn und er schießt mir in die Seite, alter Verwalter. ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Hifer Kevin ist dabei, wie ist denn dein Name? Damit wir wissen... Wen wir töten? Nee, wer uns getötet hat. Ach so. So. Jussek, okay. Da schießt er uns voraus, weil er... Warum? Nee, du hast schon geübt. Das war Glück. Aber die tausche ich doch hier. Alter, wo habe ich denn den Verband hier? Oh, ich glaube ich sehe wen. Ah. Komm her, du Zylinder. Wo hast du dich versteckt? Oh, ich versteck mich nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich habe keine Waffe. Äh. Warte auf. Ah. Jetzt brauchst du eh keine mehr. Ey. Nachgeladen. Spawn. Äh. Oh. Tschüss. Ich habe den Kopf verloren. Oh, not Brazil. But you can join also. So. Next round. Voll den Kopf weggeschossen da mit seinem Scharfschützengewehr 82. Aber klick. Klick, klick. Wusstest du, dass das Scharfschützengewehr richtig gut ist, wenn man trifft? Nein. Ja. Nein. So ist das. So ist dein Wissenskanal hier. Ah. Ah. Jetzt hat mir die Regenjacke doch noch meinen. Hehehehe. Halt, stopp. Ich muss nachladen. Timeout. Kippe, zählt nicht. Kippe, zählt nicht. Kippe, zählt nicht. Kippe, zählt nicht. Habt ihr schon gehört? Ich habe letztens gelesen, dass hier dieses X-Define, der Codkiller vor den Herren, geht wahrscheinlich offline. Oh, 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 oh. Oh. Nein. Sorry Marcel. Du brauchst dich doch nicht entschuldigen. Alles gut. Ah, der. Der war gut. Ja. Versteck dich hier ruhig hinter deinem Schild. Ich bin schon tot. Viel. Ja, die. Hattest du Schmerzmittel gekehlt, ja? Hey. Komm zu mir. Komm zu mir. Ja. Ah, das. Gibt's denn das? Gibt's denn das? Bist du etwa wieder direkt in meiner Nähe gespawnt? Uh. Ah. Dropshot. Ich wollte dir nicht sagen, aber ich hab dir voll die Kniescheiben weggezimmert, ne? Ja. Ja, bin eh eingeknickt. Da kommt schon der Nächste. Oh. Boah. Ja, ja. Hab ich schon verstanden. Hab's nicht gekriegt. Hab ich schon gesehen. Oh, der kommt schon wieder, ja? Uh. Nein. Heil dich. Gewick. Gewick. Boah. Die sitzen hier nur in den Ecken. Gewick. Ah. ISM. Boah. Was hast denn du für nichts mehr gehabt? Ich hab nichts mehr gehabt. Jetzt geh ich aber auf jemand anderes, sonst sterbe ich immer. Okay. Puh. Vor allen Dingen hatte ich auch fast keine Munition mehr. Ja, nach. Du schießt mir hier den scheiß Rücken. Ach, bist du das? Ich will den Camper hier haben. Jawohl, danke schön. Da steht einer, da schieß ich. Was soll ich machen? Komm raus aus deinem. Oh, Affen. Nein. Ich seh nix. Nein. Das war unfair. Das war unfair. Da steht noch ein Affe. Ach. Das war unfair, sagst du zu mir, ja? Das war unfair. Mimimi, geh rein. Mimimi. Ich darf in den Rücken schießen, du nicht. Dann ist das unfair. Ja, ja. Mimimi. Ist klar. Ja, ja. Ja. Ah. Zuerst mal anschießen und dann davonlaufen. Das hab ich schon gern. Pssst. 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 Hallo. Oh, der hat mir ne Panzerplatte mitgebracht. Danke. Und hat ohne Headset gespielt offensichtlich. Bin neben ihn aufs Dach gesprungen. Und er hat nicht geschossen. Hey. Nicht meine. Panzerplatte verbieten. Stirb. Ah, du nimmst mir meinen Kiel. Marcel, ich komme. Ich komme. Ich seh euch grad nicht. Pssst. 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 Ahn-eh. Echt? Echt, jetzt. Waj Бau Xu kommt den vornin und er schießt mir in die Seite. Alter Verwalter. das ist doch das ist doch hier ist das hier unser zylinderträger ja ich werde von beiden seiten die scharfschützengewehr ist gut wenn man trifft jede waffe ist gut wenn man trifft wir treffen gerade beide nicht beziehungsweise tut meine panzerplatte die 82 ist schon geil man muss schon sagen die boltinger sind sehr befriedigend wenn man da einen mit weg holt es gibt es nicht vor dir direkt er hat mich hier gerade gemacht und ich wusste auch dass da einer ist felix ich weiß dass du hier bist ich hab gesehen dass ich habe gesehen dass du wen erschossen hast und jetzt hast du mich erschossen welche shootout map kommt denn danach weiß das einer ist der sackbruch danach dann dieser kämpfer ja gut ich hätte meine gebraucht ach so dein kollege ist dann habe ich den gesehen wie er wegen geht hat nimm das weh du machst noch rennen nein wer läuft mir vor sich flintel schade ja aber ich hab 15 kids